Interoperabilität ist eines der wichtigsten Themen auf der Hannover Messe 2022. Wir veranstalten die World Interoperability Second Edition. Das Thema Interoperabilität im Kontext OPC UA bewegt nicht nur den VDMA, sondern auch zahlreiche Unternehmen und den gesamten Maschinenanlagenbau. Der VDMA mit über 600 Unternehmen arbeitet an der Weltsprache der Produktion. Lernen Sie in der World Interoperability Second Edition, warum OPC UA die Weltsprache der Produktion und die sogenannte OPC UA for Machinery so wichtig ist für die Zukunft der intelligenten Produktion. Wir veranstalten das Event am 30. Mai, Hannover Messe Montag, von 12.30 bis 15 Uhr in Halle 19 in Raum New York. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Thema interessiert und wir Sie dort begrüßen dürfen. Bis demnächst.